Hallo Leute, hier ist Timo Hampel. Herzlich Willkommen mit neuer Ausgabe. Mein Lieblingsthema ist über Hockey. An spreche Hockey ist ja eine Mannschaft, die Hotties nennt. Und ich arbeite mit Samt mit Leben Behinderung. Ich finde das toll, sowas auch erwickelt, sehe ich immer oft. Und immer besser wird. Ich sehe das wirklich an und das Besseres dienen kann. Und trotzdem in der Nase sein kann. Und trotzdem streiten kommen sollte, was noch selten vorkommt. Und ich finde das toll, da dran. Ich will gerne, wenn du Lust hast in Hockey mitmachen, mach einfach mit und Lust zu haben. Wenn mir nicht passt oder nicht, ist nicht so schlimm da dran. Wir freuen uns, dass alle da seid und neue Spieler reden, mit Behinderung und ohne Behinderung reden könnten. Ich danke mich von Timo Hampel. Tschüssi.